Wenn man sich die Extreme im Klima betrachtet, muss man sich immer auch den Bezugsrahmen deutlich machen. Also für welchen Zeitrahmen ist denn wirklich etwas extrem? Am Beispiel der globalen Temperaturschwankungen ist der Verlauf über die letzten Jahrmillionen in Bezug zu einer Referenzperiode. Das ist die Periode von 1960 bis 1990, die in dieser Grafik mit einer schwarzen Linie dargestellt ist. Die ist hier gegeben. Beachten Sie bitte auch, dass die Zeitachse der Zeiträume wechselt in den letzten Schwankungen der letzten 540 Millionen Jahre. Die ist hier auf der linken Seite zu sehen. Da wird deutlich, dass die Temperatur mit über 14 Grad Celsius wärmer war, aber auch mit minus 6 Grad Celsius kälter war als gegenüber der Referenzperiode. Betrachtet man sich die Zeit von 540 Millionen Jahre bis circa 65 Millionen Jahre, so erkennt man deutlich kältere Perioden, die sogenannten Eiszeiten, die sich mit den wärmeren Perioden abwechseln, den sogenannten Warmzeiten. Dadurch, dass diese Verläufe sehr lange zurückliegen, sind jedoch genaue Temperaturveränderungen unbekannt. Vergrößert man aber dann in den grauen Bereich dieser Grafik, sieht man, dass sich die Temperaturen zwischen 65 Millionen und 5,3 Millionen Jahre in den Mittelwerten durchweg höher liegen als in der Referenzperiode 1960 bis 1990. Dies ist auch auf bessere Kenntnis der Umwelt zurückzuführen, da diese Zeiträume einfach nicht so weit zurückliegen und deshalb kann man diese Verlaufskurve auch besser auflösen. Während im Pliozen dagegen die Temperaturen noch leicht über der Referenzperiode liegen, nehmen diese kontinuierlich bis in das geologische Zeitalter des Pleistocens tendenziell immer weiter ab. Durch die Analyse von Eisbohrkernen können Temperaturschwankungen der letzten circa 430.000 Jahre weiter detaillierter aufgeschlüsselt werden und man erkennt mehrere Warm- und Kaltzeiten. Diese Temperaturverlaufskurve wird immer zackiger, genau eben da man immer mehr Informationen zur Temperatur hat. Erst ab circa 11.000 Jahre, mit Beginn der geologischen Epoche des Holozehens steigt die Temperatur wieder an. Die letzte große Eiszeit auf der Erde endet und es wird kontinuierlich wärmer. In der letzten Abbildung erkennt man jetzt überdeutlich den sprunghaften Anstieg der Temperatur ab dem 19. Jahrhundert mit einer extrem starken Steigerung seit den 1960ern. Und natürlich spielen diesen Zeiträumen Extreme immer eine große Rolle, aber wir dürfen nicht vergessen, sie fanden auch schon immer statt. Nur ist eben jetzt die Kenntnis über solche Extremwerte immer besser. Je weiter man in die Vergangenheit geht, logischerweise ist die Kenntnis darüber immer schlechter. Aber Extreme fanden schon immer statt. Und daraus folgt, dass man sich bei Extremen immer auf eine Referenzperiode beziehen muss. Denn über Jahrmillionen betrachtet, mögen heutige Extreme gar nicht extrem sein. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass die Extreme sich in den letzten Jahrzehnten nicht doch dauerhaft verändert haben. Denn was bereits in den jahrzehntelangen Messperioden vielfältig festgestellt wurde, ist, dass sich die Häufigkeit, also die Frequenz und die Stärke, also die Magnitude des Auftretens verändern. Jedoch ist diese Detailkenntnis hierüber aufgrund der relativ kurzen Messperiode von nur einigen Jahrzehnten noch sehr unzureichend.